Ja, hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, nach der letzten Folge, wo es 30 Minuten oder mehr sogar um die eingeschränkte Nierenfunktion geht und wo es auch um Natrium und wo es auch um Kaliumchlorid geht, geht es heute auch mal wieder um Natrium und Kaliumchlorid und was das Verhältnis von diesen beiden dir Gutes antun kann. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe schon häufig über Kochsalz in der Ernährung gesprochen, aber wir wollen heute mal etwas dazu führen zu dem Salz und dann gucken wir mal, ob da was an deinem Blutdruck passiert. Ja, erstmal ein Rückblick. Natürlich habe ich dir erzählt, dass das Kochsalz nicht so die richtig tolle Ernährung oder das richtig tolle Element in deiner Ernährung ist. Denn wenn man mal in die Historie guckt, vor 100 Jahren haben wir deutlich weniger Kochsalz in der Ernährung zugeführt, zugeführt, weil wir heutzutage viel mehr verarbeitete Fertignahrungsmittel zunehmen und da können wir gar nicht ausweichen auf andere Produkte, die auch fertig gemacht sind, weil die meisten Nahrungsmittel werden mit dem Salz haltbarer gemacht. Aber auch der Salzgehalt in deinem Körper oder in der Nahrung, Entschuldigung, in der Nahrung, führt dazu, dass das einfach runder schmeckt. Ich brauche, damit ich das schmecken kann. Das ist die Erziehung, die wir quasi durch diese Fertigprodukte haben. Wenn wir jetzt mal was salzarmes essen, das schmeckt ja gar nicht, dann möchte man das Essen am liebsten wieder zurückgehauen. Herr Ober, bring es mir bitte mal den Salzstreuer, dann ist das schon viel besser. Dann habe ich wieder das übliche Gefühl, was ich auch bei den Fertignahrungsmitteln, die eben halt nur über das Salz haltbar gemacht werden, bekomme. Aber wenn wir mal gucken, wenn vor den letzten vielen hundert Jahren der Salzgehalt in der Nährung also weiter gestiegen ist, dann muss man sich fragen, ob das nicht einen Zusammenhang hat, auch mit der Tatsache, dass der Bluthochdruck, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die chronische Nierenminderleistung, aber auch der Schlaganfall, die häufigsten Todesursachen in der letzten Zeit geworden sind. Ja, die häufigsten Todesursachen sind Todesursachen, die was mit der Innenauskleidung deiner Gefäße zu tun haben, mit dem größten Organ, was dich quasi vor der Umwelt am wirksamsten schützt, nämlich dem Endothel, der Innenauskleidung deiner Gefäße. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktionieren viele andere Dinge in deinem Körper auch nicht. Also nochmal zurück, in den letzten hundert Jahren hat der Salzkonsum deutlich zugenommen und gleichzeitig sind die kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, hoher Blutdruck und Schlaganfall und Niereninsuffizienz deutlich an Häufigkeit gestiegen. Da könnte man also meinen, dass hier möglicherweise auch ein kausaler, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen beiden Befunden besteht. Naja, und dann sind wir hergegangen, das habe ich sicher auch schon in den letzten Podcast-Folgen schon mal erzählt. Ja, wenn man bei einem blutdruckgesunden Patienten, na gut, blutgesunden Menschen, das ist ja kein Patient, blutdruckgesunden Menschen, zum Beispiel die Kochsalzkonsum dramatisch reduziert, dann sinkt auch bei dem der Blutdruck von 120 zu 80 auf 110 zu 75 in der Mitte. Das konnte ich mit einer Doktorarbeit damals, als ich in einer Klinik war, mit Studenten nachweisen. Das heißt also, da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Blutdruck und der Zufuhr von Kochsalz. So, und jetzt gibt es neue Nachrichten und die neuen Nachrichten stammen quasi aus der Zusammenfassung von 33 sehr, sehr interessanten Interventionsstudien. Und zwar haben sich die Studien damit beschäftigt, ob nicht die Tatsache ist, es wichtig ist, auch gleichzeitig mit dem Absenken des Natriums in der Ernährung das Kalium anzuheben. Und dabei hat sich herausgestellt, wenn ich das Natrium absenke und das Kalium als Salz, Kaliumchlorid als Salz steigere, dann sinkt der Blutdruck bei diesen Menschen. Und das ist super interessant. Das heißt also, wenn wir unseren Salzstreuer hergehen und füllen den nicht mit reinem Natriumchlorid, sondern gehen auf 50 oder 60 Prozent Kaliumchlorid und 40 oder 50 Prozent Natriumchlorid, dann können wir unseren Blutdruck, und jetzt halte ich fest, um 4,4 Millimeter Hg systolisch und 2,5 Millimeter Hg diastolisch senken in dieser riesen zusammengefassten, ja, ich nenne es mir jetzt mal wie im Namen, Meta-Analyse dieser 33 Studien. Jetzt sagst du natürlich, 4,4 Millimeter Hg systolisch und 2,5 Millimeter Hg diastolisch ist ja nix, nee, das ist sehr viel, weil deine Pille, dein Amlodipin, dein Ramipril, dein Blutdruckmedikament, was du nimmst, senkt den Blutdruck nicht mehr als um 5 Millimeter Hg systolisch und um 2,5 Millimeter Hg diastolisch. Also ist diese Effektivität dieser veränderten Salzzusammensetzung, also mehr Kaliumchlorid, weniger Natriumchlorid, dem, der einer medikamentösen Therapie gleichzusetzen. Das bedeutet für dich, du gehst her und schüttest all das, was du in deinem Salzstreuer hast, weg und holst dir zum Beispiel in der Apotheke oder im Internet, gibt es fertige Präparationen, wo eben halt 50 bis 60 Prozent Kaliumchlorid und 40 bis 50 Prozent Natriumchlorid reist. Und das tust du in deinem Salzstreuer und wenn du dann zu Hause salzen willst, führst du automatisch mehr Kalium zu. Da kannst du natürlich sagen, ja, das ist jetzt die einfache Lösung, gibt es nicht andere Lösungen? Ja, es gibt auch andere Lösungen, aber die sind natürlich wieder damit verbunden, dass du deine Lebensweise, dein Vorgehen auch umstellen darfst. Das bedeutet zum Beispiel, du darfst hier gehen und darfst auf alle vorgefertigten Produkte komplett verzichten. Wumms, da geht nichts mehr. Du darfst auf deinen Salzstreuer komplett verzichten und du darfst dich einfach nur noch mit Obst und Gemüse und ja, ohne Salz ernähren. Das Brot zum Beispiel, Brot enthält relativ viel Salz. Wenn du das beim Bäcker kaufst, das wird haltbar gemacht mit dem Salz. Das bedeutet, du darfst eine komplette Ernährungsumstellung machen. Und diese Ernährungsumstellung ist eben halt in unserer heutigen Zeit, ja, in der schnelllebigen Zeit, ja, sag ich mal, wo die E-Mail sofort beantwortet werden muss, ja, die ist einfach nicht mehr machbar, weil das setzt voraus, dass du eine neue Langsamkeit in dein Leben einführst, die manche Leute gehen, weil sie bewusst das machen, aber die Mehrzahl der Menschen macht das nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, darüber nachzudenken, um dies in der Situation zu ändern. Also, sie geht zu, sieh zu, dass du mehr Kaliumchlorid zuführst als Natriumchlorid. Den kompletten Ersatz des Natriumchlorids durch Kaliumchlorid kann ich dir nicht empfehlen. Da gibt es keine guten Daten drüber, zumal, ja, natürlich auch sagen muss, es darf nicht eine eingeschränkte Nierenfunktion vorliegen, wenn du das Natriumchlorid komplett durch Kaliumchlorid ersetzen willst. Das habe ich letztes Mal schon ein bisschen bei der Niereninsuffizienzfolge darüber nachgedacht. Also, Kaliumchlorid kann bei Patienten oder Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion nur in reduzierter Menge zu sich genommen werden. Da darfst du eben halt bei deiner Ernährung deinen Hausarzt fragen, darf ich das mit dieser kaliumreichen Kost machen, denn der hat deine Blutwerte und der kann dir sicher sagen, was das ist auch. Menschen eben halt mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten darauf achten. Das passiert leicht auch bei Diabetikern. Diabetiker sind sehr empfindlich in Bezug auf die Kaliumzufuhr. Deswegen, wenn bei denen schon etwas Eiweiß im Urin ist, darfst du da sehr sicher sein, dass du da auch auf achten solltest, dass du mit deinem Hausarzt über den Salzersatz mit Kalium und Natriumchlorid im Salzstreuer eben halt besprichst. Und das ist einfach die einzige Voraussetzung, worauf du achten musst. Solltest du Nieren gesund sein und hast einen milden Hypertonus, ist dieser Salzstreuer-Effekt, sprich Natrium und Kaliumchlorid, im gleichen Verhältnis in deinen Salzstreuer rein, ein super Medikament, um deinen Blutdruck zu therapieren und du musst keine Pille aus der Pharmaindustrie nehmen, der dann noch zusätzlicherweise den Blutdruck um den gleichen Betrag senkt. Ja natürlich, alle Ernährungen, die zum Beispiel mit reduzierter Nahrungsaufnahme einhergehen, die führen natürlich zu einer Natriumverarmung, also die senken auch den Blutdruck. Ja, ich habe jetzt 20 Kilo abgenommen, weil ich weniger gegessen habe. Dann sinkt auch der Blutdruck, weil du weniger Kochsalz zu dir nimmst. Alle diese Diäten, die eben halt auf eine Reduktion der Nahrungszufuhr hinweisen, die senken auch deinen Salzgehalt. Und alle Sachen, die dir mit Sport und Belastung einhergehen, die senken auch deinen Salzgehalt, weil du verlierst nämlich Salz über den Schweiß, den du quasi abschwitzt. Auch da passiert eine Veränderung des Natriumstoffwechsels. Und der Körper hat in sich, auch das hatte ich bereits schon mal erzählt, in einer der ganz früheren Folgen, hat einen Natriumspeicher. Weil dieser Natriumspeicher ist wichtig, weil er in Notfallsituationen deinen Natriumgehalt oder deinen Natriumkonzentration in der extrazellulären Flüssigkeit, also in der Flüssigkeit, die sich nicht in der Zelle befindet, regulieren muss. Und das geht eben halt nicht, wenn du eine Landpflanze bist. Also eine Landpflanze, also ein Landmensch oder ein Landtier, was nicht im Wasser ist, kann eben halt, was nicht im Meer ist, kann eben halt sehr, sehr schwer Kochsalz zu sich nehmen in den freien Wässern, welchen ist kein Kochsalz drin. Und deswegen hatten ja auch in den ganz, ganz früheren Jahren, wo eben halt Kriege noch mit Pfeil und Bogen ausgefochten wurden, eben halt die Menschen einen Vorteil, die den Rückgriff auf Salz hatten, denn die konnten das freie Wasser trinken und gleichzeitig Salz zuführen und konnten dadurch ihren Kreislauf viel, viel schneller wieder in Gang bringen, wenn sie schwer verletzt waren. Also Salz hat eine ganz entscheidende, zentrale Bedeutung für unser Leben. Und deswegen ist es eben halt klug, in einer Zeit, wo wir uns weniger bewegen, wo wir mehr Kochsalz zu uns nehmen, als wir eigentlich über die Niere ausscheiden können und damit unseren Kochsalzspeicher irregulär anfühlen. Eine salzverändernde Ernährung einen großen Effekt auf deinen Blutdruck. Ja, warum steigt der Blutdruck mit dem Salzgehalt? Ganz einfach, wenn deine Konzentration an Natrium in deinem Blut zunimmt, dann zieht dieses Natrium mehr Wasser in dein Blutgefäßsystem und wenn mehr Wasser in deinem Blutgefäßsystem, ist da auch mehr Volumen drin. Und das steigert allein schon den Blutdruck. Und dann hast du das Problem, dass noch andere Mechanismen angeworfen werden, wie eben halt auch das Zusammenziehen der Gefäße und das steigert das Natrium sehr, sehr wichtig. Das tut all das Kaliumchlorid nicht. Denn Kaliumchlorid befindet sich in der Zelle im Körper und nicht in großen Mengen in deinem Blut. Und das ist auch der große Unterschied. Denn die Balance zwischen Natrium und Kalium, also Kaliumreich in der Zelle und Natriumreich außerhalb der Zelle, das ist ein der wichtigste Faktor eigentlich, der die Integrität deines Körpers sicherstellt. Wenn diese Balance einbricht, ist Feierabend. Dann passiert nichts mehr. In deiner Birne nicht mehr, im Herz nicht mehr, nirgendwo mehr. Und das ist eben halt ganz wichtig. Und wir wissen eben halt, dass es jetzt bekannt ist, dass wir mit einer vernünftigen Zufuhr von Kalium, und Natriumchlorid die Situation für uns verbessern können. Das ganze Thema ist eben halt durch diese schönen Studien offengelegt worden. Und warum sollst du nicht auch auf dieses Signal hören und deinen Kochsalzkonsum verändern, reduzieren oder wenn du verdammt noch mal nicht auf das normale Salz verzichten möge, dann greif zumindest mal auf Kräutersalz zurück oder Meersalz oder Himalaya-Salz. Da sind noch andere Salze mit drin, die eben halt den Natriumgehalt reduzieren in diesem Salz. Allerdings, sage ich dir auch, der größte Effekt ist eben halt sehr wahrscheinlich dann, wenn du auf diese Kombination Natrium und Kaliumchlorid im Verhältnis 40 zu 60 umsteigst. Das kannst du überall bekommen, im Internet oder auch in deiner Apotheke. In sonstigen Geschäften habe ich sowas noch nicht gefunden. Also heute ein wichtiges Signal, nicht nur Natrium sparen, nicht nur Kochsalz sparen, sondern Kochsalz auch durch Kaliumchlorid ersetzen, denn das allein scheint deinen Blutdruck sehr, sehr effektiv zu senken. Und natürlich vorsichtig bei Menschen, bei denen bekannt ist, dass dort schon bereits auf irgendeine Erkrankung hin eine eingeschränkte Nierenfunktion vorliegt. Die sollten, bevor sie Kaliumchlorid in ihre Ernährung einführen, ihren Hausarzt kontaktieren. Ja, ich danke dir dafür, dass du heute bei der Folge zugehört hast. Ja, ein sehr interessantes Thema und ich würde mich freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube oder auch bei Spotify und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann, eine positive oder eine aufbaunde Kritik hinterlässt, sondern immer mehr Menschen diese Podcast-Folgen hören können. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017